Ja, Theodor Fontane, der hat mal gesagt, und was wir am willfährigsten opfern, das ist die freie Meinung. Dazu gleich mehr. Ja, Herr Möller, da sind wir zurück im Thüringer Landtag zu unserem Podcast. Das erste Thema, was wir heute ansprechen wollen, ist die Sitzung vom Untersuchungsausschuss 7.3. Ist es die richtige Nummer? Ich weiß es auch immer nicht. Auf jeden Fall, als ich gestern in den Landtag kam, habe ich gedacht, ich komme in den Knast. Also, nee, das ist vielleicht falsch. Ich fühlte mich extrem gut beschützt. Also, ich hatte schon gedacht, Mensch, was ist denn heute los? Ist der Bundeskanzler da oder so? Überall, hinter jeder Säule stand ein Polizist und zwar auch richtig gut bewaffnet. Ja, genau. Wir mussten auch alle unseren Mitarbeiterausweis vorzeigen und... Es ging um politische Kriminalität. Genau. Aber die Taschen durchleuchtet gestern. Ja, tatsächlich. Und es ging ja um was für eine politische Kriminalität? Die Linke. Ist doch erstaunlich, dass man bei dem Untersuchungsausschuss... Politisch motivierte Gewaltkriminalität heißt der richtig. Genau, dass man da, wenn man einen Antifa-Szenezeugen einlädt, eine größere Sicherheitslage schaffen muss, als wenn, was weiß ich, irgendein Mafia-Zeuge verhört wird. Ja, genau. Da muss man sagen, der wurde separat in einem Raum angehört, nur mit Videoübertragung. Also der saß gar nicht im eigentlichen Anhörungsraum, also wo der Untersuchungsausschuss stattfindet. Ja, und höchste Sicherheitsmaßnahmen. Ja, kann man auch gut verstehen, weil bekanntermaßen ja innerhalb der linken Fraktion auch Leute sitzen, die beste Kontakte auch in das gewaltbereite Antifa-Milieu haben. Das muss man einfach mal so sagen. Genau, und das war jetzt ein Zeuge, der ist ausgestiegen, aus dem Milieu sozusagen. Der war auch als Grundzeuge damals in dem Prozess um Lina E. geladen. Und ja, man muss jetzt fürchten, dass ihm... Ja, die Antifa sozusagen ans Leder möchte. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass so ein Termin natürlich auch entsprechend an die gewaltbereite Szene weitergegeben wird und dann eben auch solche Gelegenheiten genutzt werden, um so einen Zeugen auszuschalten oder ihm Gewalt anzutun. Ja, die für uns eigentlich interessanteste Aussage gestern war ja dann auch die, dass er gesagt hat, dass offenkundig im Linksextremmilieu nicht so hartnäckig recherchiert wird. Oder ja, und nachkontrolliert und überprüft und als im anderen Lager. Ja, ich meine, bei uns reicht es ja schon, wenn man selbst eine harmlose Aussage getätigt hat, dann wird die halt als extremistisch uminterpretiert. Das ist schon ganz interessant, wie die Schwerpunktsetzung der Politik ist angesichts dieser Sicherheitslage, die man dann ja offensichtlich selbst gesehen hat, dass die erforderlich ist. Das zeigt ja, woher die Gewalt in der Politik kommt. Sie kommt eindeutig von links. Ja, das ist so. Und das war der erste Teil gestern. Und am Nachmittag hatten wir einen zweiten Gast im Thüringer Landtag auf Einladung der AfD-Fraktion. Richtig, als Zeuge oder als jemand, der vernommen werden sollte, auch im selben Untersuchungsausschuss. Der Hans-Georg Maaßen war gestern nämlich da. Richtig, der Chef der Werteunion, CDU-Dissident und ehemaliger Chef des Bundesverfassungsschutzes. Sie haben es ja vielleicht in der Presse sogar schon gelesen. Also er war nicht lange da. Oder wir sagen mal, er war vielleicht lange da, aber durfte nicht lange was sagen. Ja, er hat nämlich gleich eingangs klargemacht, was er von der Regierung Ramelow hält. Hat sie als legalistische oder als auswuchslegalistischen Linksextremismus bezeichnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Er hat eben sinngemäß gesagt, dass einfach durch Bodo Ramelow sozusagen der Linksextremismus salonfähig geworden ist. Ja, und das hat von einem Eklat gesorgt. Das ist ja eigentlich eine Meinungsäußerung, die man eigentlich anstandslos hinnehmen muss. Wir müssen uns ja auch permanent als Rassisten und Rechtsextremisten bezeichnen lassen im Landtag. Und da wird ja auch die Sitzung nicht unterbrochen wegen sowas, geschweige denn irgendeine Rede gekanzelt. Hier wiederum Untersuchungsausschuss, den ja die Opposition sozusagen auch möchte. Hier wird ein wichtiger Zeuge der Opposition, den lässt man gar nicht inhaltlich ausreden, sondern er wird gleich nach dem Eingangsstatement gekanzelt vom Regierungslager wohlgemerkt. Das ist natürlich auch ein einzigartiger Vorgang. Das zeigt natürlich auch, wie hier die Mehrheiten letztlich genutzt werden, um Beweisanträge der Opposition wegen einer simple Meinungsäußerung, die zulässig ist, die nicht strafbar ist. Und die auch bekannt ist. Also dass Herr Ramelow vom VS beobachtet worden ist, ist keine Neuigkeit. Das war einfach eine Tatsache. Dass die linksextremistisch sind, ist auch bekannt. Ja, ich meine, so wie die mit der Opposition umgehen im eigenen Land, so wie die auf die normale Bevölkerung einprügeln lassen haben in Zeiten von Corona. Wenn man an die Corona-Maßnahmen denkt, das sind alles schwer autoritäre Maßnahmen und damit auch extreme Maßnahmen. Und natürlich ist die Grundausrichtung der Linken eine Linksextreme. Ich meine, das erkennt man ja an der Art und Weise, wie sie ihre Politik umsetzt, an den Kontakten auch ins gewaltbereite Milieu. Wir erinnern uns an den Sprengstoffhund bei Ulstedt-Kirchhasel hier in Thüringen, wo also jemand, der mit dem sogenannten Demokratiepreis von der Landesregierung ausgezeichnet worden ist, also einen Verein ausgezeichnet, wo der, der den Preis für den Verein entgegengenommen hat, einer der Täter war. Also so viel auch zum Demokratieverständnis von Rot-Rot-Grün und vor allem auch zum Verständnis, was Meinungsfreiheit ist. Extremistisch sind immer nur die anderen. Man selbst möchte das über sich nicht hören. Wahnsinn. Und wenn man das hört, dann ist es Majestätsbeleidigung, dann wird der Zeuge gekanzelt. Und dazu muss man ja sagen, das passiert ja schon die ganze Zeit. Seit es diesen Untersuchungsausschuss gibt, bekommen wir im Prinzip eigentlich keine Zeugen, die wir immer wieder vorschlagen, eingeladen. Es gibt immer irgendwelche Ausreden, warum die, die wir einladen oder hören wollen, nicht geeignet sind, in Anführungsstrichen. Letztlich macht man mit Mitteln der Mehrheit ein Minderheitenrecht kaputt. Genau, so ist es. Und was ist das? Das ist nicht demokratisch, das ist extrem. Extremistisch. Genau, und das muss man einfach echt nochmal so sagen. Ja, Herr Möller, dann lassen Sie uns nochmal beim Thema Die Linke bleiben, denn da kommen wir doch gleich zur Parteineugründung von Sarah Wagenknecht. Das war ja Anfang der Woche, dass die Schlagzeile sozusagen, es hatte sich ja angekündigt, es ist viel philosophiert worden, ob sie es nun macht, ob sie es nicht macht, ob es kommt, ob es nicht kommt, wenn es kommt, wann es kommt. So, nun war es soweit. Am Montag hat sie in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass aus dem Bündnis dann im nächsten Jahr auch die Partei entstehen soll. Ja, genau, genau. Die Pressekonferenz war wohl relativ tröger, habe ich mir berichten lassen. Ich habe sie selbst nicht gehört. Ja, nun muss man ja sagen, die Berichterstattung, die ist ja ohnehin recht aufgeladen. Das hängt ja auch damit zusammen, dass sich einige auf den Schlips getreten fühlen aus ihrem Lager. Okay, ja, also bei der Linken ist man nicht ganz so euphorisch, die zerlegt es nämlich, die taucht in den neuesten Umfragen, was den Bundestag angeht, gar nicht mehr auf. Dafür ist das Bündnis Sarah Wagenknecht, ich glaube es war eine Insa-Umfrage, dafür taucht das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 12 Prozent in der Umfrage auf. Ja, und das wiederum lässt natürlich im übrigen politisch-medialen Komplex, insbesondere bei den Journalisten, die Freudentränen geradezu ausbrechen, dass jetzt doch endlich jemand gefunden ist, der der AfD den Garaus macht angeblich. Genau, darüber müssen wir ja auch sprechen. Ja, ist das tatsächlich Konkurrenz für die AfD? Wie sehen Sie das? Und ja, nun könnte man ja auch mugeln, dass man alles daran gesetzt hat, eine Sarah Wagenknecht sozusagen gegen uns in Stellung zu bringen. Also ich war ja grundsätzlich diesem Parteiprojekt immer sehr aufgeschlossen. Ich muss sagen, jede Parteinelle Gründung bringt mehr Dynamik ins politische System und das ist für eine Demokratie immer gut, wenn der Wähler mehr Möglichkeiten hat. Es kristallisiert sich aber heraus, und das zeigen auch Meldungen vom Wochenende, dass das Ganze tatsächlich nur ein Ablenkungsprojekt ist und dass damit nicht wirklich ein Stimmungsumschwung vertreten wird von dieser Partei, sondern man versucht im Grunde genommen verloren gegangenes Terrain für die etablierte Politik zurückzugewinnen, nur halt unter neuer Flagge. Das sieht man beispielsweise daran, dass Gerüchte aufgekommen sind, eine Zeitung hatte darüber berichtet, dass es Gespräche mit der Linken gäbe, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht, also in Thüringen nicht antritt, um nicht der Partei des Ministerpräsidenten zu schaden. Was ist das für eine Opposition? Das ist Scheinopposition. Ja, und was ist das für eine Demokratie, die jetzt schon im Vorfeld mauschelt und versucht, hier irgendwelche Absprachen zu treffen? Das ist nicht demokratisch. Und wenn man dann weiter überlegt, was jetzt für Aussagen gekommen sind, also mit der AfD möchte sie nicht zusammenarbeiten, dann frage ich mich halt, mit wem will sie denn zusammenarbeiten? Mit der SPD? Mit der Linken? Mit den Grünen? Mit der CDU? Dann bleibt alles beim Malten. Das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen. Klar, sicher, wie Sie sagen, ist es immer eine gewisse Vielfalt und auch eine Vielfalt für den Wähler. Allerdings natürlich in der politischen Handlungsfähigkeit macht es es nicht einfacher. Wenn wir natürlich immer mehr Splittergruppen etablieren und Kleinstparteien, haben wir dann irgendwann das Problem, eine Regierung zu stellen und handlungsfähig zu sein. Und je mehr in der Suppe rumrühren, umso schwieriger werden wir Meinungen bilden können, beziehungsweise immer nur auf den geringsten Nenner uns treffen. Das ist nicht unbedingt förderlich, um wirklich Projekte voranzutreiben. Ja und vor allem sehe ich halt das Problem im Fall von Sarah Wagenknecht, dass sie als Person ja beim Wähler oder beim öffentlichen Publikum letztlich als eine Frau rüberkommt, die durchaus sehr viele vernünftige Ansichten äußert. Aber was nützen vernünftige Ansichten, wie zum Beispiel auch bei einem Wolfgang Bosbach in der CDU, wenn am Ende bei der Umsetzung der Politik genau das gemacht wird, was diesem Land schweren Schaden zufügt, so wie im Fall Bosbach. Und ähnliches kristallisiert sich eben bei Sarah Wagenknecht heraus. Sie will nicht mit Partnern zusammenarbeiten, die tatsächlich eine Reform in diesem Land anstoßen wollen, nämlich uns. Wenn man sich ihr Abstimmungsverhalten anschaut im Bundestag, bei ganz vielen Abstimmungen war sie einfach nicht dabei, wo es beispielsweise um Corona-Maßnahmen ging. Da hatte sie die Gelegenheit, im Interesse des Volkes Politik zu machen, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Die Möglichkeiten hat sie nicht genutzt. Das ist auch schon aussagekräftig, wenn man die realpolitische Ausrichtung dieser Truppe mal vorhersagen möchte. Ja und die zweite Frau hinter Sarah Wagenknecht, das ist die Amira Mohamed Ali, auch ehemaliges Mitglied der Linken, ist jetzt auch glaube ich mit ausgetreten mit Sarah Wagenknecht. Die lässt also mit programmatischen Aussagen aufforschen, wie zum Beispiel, ja, ich bin auf jeden Fall für offene Grenzen und Sarah auch. Also weitere Aussage von ihr ist, ich bin generell gegen Abschiebungen, keine Abschiebungen nach Afghanistan, keine Abschiebungen nach Syrien, gar nichts. Das hat sie wohl in einem Interview mit einem Journalisten so geäußert. Und wenn ich das höre, frage ich mich, da klafft doch ein Riesenloch zwischen den Aussagen in Podiumsdiskussionen, zwischen der Sicht ihrer potenziellen Wähler und der sich abzeichnenden Realpolitik. Also das wird eine große Enttäuschung werden, wenn Sie mich fragen. Das hätte ich jetzt auch so gesagt. Und ja, es stiftet auf jeden Fall auch viel Unfrieden. Und ich meine, die Linke hat ja selbst auch schon gesagt, dass sie mit ihr am Ende auch nicht zusammenarbeiten möchte. Ja, es bleibt nur abzuwarten, ob sie es auch tatsächlich schaffen wird, in allen drei Ostbundesländern bis zur Landtagswahl stattklar zu sein. Meine Prognose, das wird sie nicht schaffen, schon deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit, dass hier vorgezogene Neuwahlen stattfinden, weil man genau diese Truppe und auch die weitere Neugründung eben gar nicht erst im Wahlkampf mithaben möchte. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die hier im Landtagswahlkampf überhaupt antreten werden. Die werden es gar nicht schaffen, rechtzeitig fertig zu werden. Insbesondere sollte es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Ja, das wäre ja strategisch noch ein Argument, das extra zu forcieren, dass die Frau Wagenknecht gar nicht mitschwimmen kann. Das wird wahrscheinlich die Überlegungen bei CDU und bei SPD und Linke mittreiben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht die Angst vor dieser Truppe. Also ich meine, momentan wird da mit Zahlen operiert, wonach die aus dem Stand stärkste Kraft werden sollen. Jetzt die letzte Umfrage, wo die zwölf Prozent im Bund attestiert bekommen, da hatte der MDR, glaube ich, gestern berichtet, dass da gerade mal 31 Leute befragt worden sind oder so, um die 30 Leute befragt worden sind. So viel zu aussagekräftigen Statistiken. Was für eine Aussagekraft ist das denn? Ja, ich meine, das ist ja lächerlich. Ja, wobei man schon sagen muss, die Medien steuern ganz bewusst. Das wird gepusht. Das wird gepusht an allen Ecken und Kanten. Ich meine, das ist jetzt eine Nachricht, die ploppt auf. Da fragt sich ja jetzt Lieschen Müller nicht, wie diese Umfrage zustande gekommen ist. Genau, genau. Und man versucht halt, da eine Rakete zu zünden, die eigentlich gar nicht da ist. Ja, da könnte man wieder vermuten, dass im Hintergrund berechtigtes Interesse daran besteht, das Projekt voranzutreiben. Genau. Hauptsache es schadet der AfD. So lauten ja auch einige Titel in Online-Beiträgen der großen Zeitungen. Ja, da bleiben wir eigentlich mal, das passt ganz gut, bei der Angst vor den nächsten Wahlen. Denn auch die SPD scheint ein bisschen kalte Füße zu bekommen. Denn es gibt plötzlich ganz neue Töne, die man so aus SPD-Kreisen gar nicht gewohnt ist. Olaf Scholz beispielsweise, der möchte jetzt verstärkt abschieben. Ja, genau. Da waren wir doch schon ein bisschen überrascht. Er hat dreimal gelesen, ob das wirklich von Olaf Scholz kommt. Aber ja. Und auch unser SPD-Chef Mayer kritisiert das Bürgergeld. Da muss man ja sagen, das kommt aus seinem eigenen Ressort auf Bundesebene. Der Hubertus Heil, auch von der SPD, hat das ja maßgeblich auf den Weg gebracht. Und Mayer stellt jetzt fest, dass das möglicherweise ein ungünstiger Anreiz ist, um Leute ins Arbeitsleben zu bringen. Weil das eher dazu führt, dass die Leute auf dem Sofa sitzen bleiben und nicht arbeiten gehen. Und so die erhofften Arbeitskräfte aus der Ukraine gar nicht unter die Arme greifen, sondern uns, ja. Er will also sozusagen an die Versorgungsstandards der sogenannten Flüchtlinge ran. Und wie es der Teufel so will, sein eigener Geheimdienst verfolgt dafür die AfD in Thüringen. Genau für eine ähnliche Forderung. Ja, also im Prinzip, Herr Möller, kann man ja sagen, das sind eigentlich leere Hülsen, oder? Das sind Absichtserklärungen, aber keine Taten, die da folgen werden, oder? Heute wird das ja auf Bundesebene sozusagen eingebracht von Nancy Faeser im Kabinett, ihre Vorschläge, um jetzt die Abschiebeoffensive, wie Sie es ja irgendwie nennen wollen, auf Bundesebene voranzutreiben. Sind denn da gescheite Vorschläge dabei, wie das tatsächlich in der Praxis dazu führen soll, dass mehr ausreisepflichtige Migranten das Land verlassen werden? Das sehe ich nicht. Also ganz ehrlich, das sind tatsächlich vor allem politische Aussagen, die die Öffentlichkeit beruhigen sollen, angesichts der extrem anti-israelischen Massenkundgebung in Berlin und anderen Orts. Aber es gibt keinen politischen Willen in der Koalition, diese Leute abzuschieben. Ja, also das sieht man ja auch beispielsweise daran, dass die Nancy Faeser noch vor ein paar Wochen genau an dieselben Leute die Staatsbürgerschaft verramschen wollte. Ja, also damit war sie ja, ich glaube, vor einem Monat gerade erst in den Medien. Eben, eben. Und jetzt will sie plötzlich die Leute abschieben. Ja, wer soll denn das glauben? Also bitteschön, klar, irgendwelche Leute, die nur die Tagesschau gucken und meinen, dass das, was da gebracht wird, das wird schon die Wahrheit sein. Die werden es vielleicht glauben, aber der Rest doch nicht mehr. Ja. Und schaut man sich die Kontakte an zwischen der SPD, die Innenministerin kommt ja von der SPD und auch der Kanzler und beispielsweise den Organisationen da vor Ort, also die Vertach beispielsweise, Vertachjugend ist eine Schwesternorganisation oder ist zur Schwesternorganisation oder Partnerorganisation der Jusos, also der Jugendorganisation der SPD erklärt worden, wer bitte soll denn glauben, dass die jetzt gegen diese Leute vorgehen. Also allein die Tatsache, dass der Kanzler Scholz die Frage eines Vereinsverbots bezüglich der Hamas öffentlich erörterte, ich meine, das macht man ja üblicherweise nicht, so ein Vereinsverbot kommt und dann kommt auch gleich die Hausdurchsuchung, ja, das dient doch letztlich auch der Warnung, dass die Leute entsprechend sich vorbereiten können, ja. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, wer das glaubt, dem kann man wahrscheinlich auch alles verkaufen. Nun muss man ja auch sagen, dieses Bürgergeld nutzen ja auch zu einem Großteil die Ukrainer, die in unser Land gekommen sind und dem gegenüber steht, ich habe nochmal recherchiert, also 17 Prozent der Ukrainer hier bei uns arbeiten. Also das sind vergleichsweise sehr wenige. In Dänemark zum Beispiel sind wir bei 70 Prozent Integration in den Arbeitsmarkt. Da muss man doch ganz offenkundig sagen, dass hier Fehlanreize angassen. Ja, in Schweden geht es glaube ich noch weiter. Die haben jetzt gesagt, wer nicht 27.000 Kronen verdient im Jahr, der fliegt raus. Da kriege ich keinen Aufenthaltstitel. Also ein ziemlich robuster Ansatz, ja, aber der funktioniert natürlich letztlich auch und so könnte man das, so könnte man oder müsste man das eigentlich hier in Deutschland nach der jahrzehntelangen mittlerweile Migrationspolitik durch Fehlanreize, nachdem man diese Armutsmigration gefordert hat und eben nicht Flüchtlingsschutz betrieben hat, müsste man das jetzt im Grunde genauso machen. Aber das System ist ja hier so derart dysfunktional. Wenn Sie jemanden abschieben wollen hier in Erfurt beispielsweise oder in Suhl, Sie wollen den abschieben, der befindet sich aber nicht in seinem Zimmer, sondern in einem anderen Zimmer, dann wird die Abschiebung abgebrochen. Also solche Regeln gibt es bei uns. Diese Regeln, ich sag mal so, das sind staatliche Regeln. Das ist nicht so, dass hier sozusagen der Asylbewerber einen Trick erfunden hat, der nutzt nur diese Regeln aus, die der Staat geschaffen hat. Und ich meine, wer ist dafür verantwortlich, dass es diese Regeln gibt? Genau, und die könnten ja jederzeit leicht abgestellt werden. Ja, und zwar von der SPD. Und es passiert nichts. Genau. Also das ist alles nicht glaubhaft, was die da machen. Die Realität widerspricht dem ganz drastisch. Ja, also schlussendlich erweckt es ja den Eindruck, also wir haben es ja jetzt hier in Thüringen auch, dass auf Kommunalebene der Druck zunimmt, weil eben einfach die Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben sind. Und man weiß, dass natürlich nächstes Jahr einige Wahlen anstehen. Ja, man hat keine Lösung. Man hat keine Lösung. Weil die einzige Lösung, die geht, das ist ja die rassistische von der AfD in Anführungsstrichen. Und der kann man sich natürlich beim besten Willen nicht anschließen. Das ist ganz logisch. Dann würde ja alles am restlichen Markenkern dieser linken Parteien verloren gehen. Ja, und so ist das eigentlich alles nur mehr Schein als Sein. Ja, und es ist im Übrigen auch natürlich beachtlich, dass diese Diskussion um Abschiebung erst überhaupt zustande kommt in der etablierten Politik angesichts der Demonstrationen, der Solidaritätsdemonstrationen für die Hamas in Berlin und an anderen Orten. Aber dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat, als beispielsweise in Rudelstadt ein junges Mädchen vergewaltigt worden ist. Oder wenn ich jetzt lese, in Berlin gibt es pro Woche 20 Vergewaltigungen. Und ich meine, wir wissen oft genug aus den Zeitungen, wer der Täterkreis ist. Das war nicht immer so in dem Maße. Und da hat es niemanden interessiert. Die ganze Ausländerkriminalität hat niemanden interessiert. Die Zustände auf dem Anger, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber abschieben. Ja, erst die Situation mit der Hamas und diesen israelfeindlichen Positionen, die die Hamas vertritt, erst das führt zu einem Umdenken der Politik. Da muss ich ganz ehrlich auch die Motivlage der etablierten Politik ein Stück weit hinterfragen. Denn ihre Schutzpflicht gegenüber dem eigenen Volk, die haben sie schon lange aufgegeben. Ja, das ist Fakt. Und ja, vielleicht, weil es eigentlich aktuell noch passt, gab es jetzt am Montag und am Dienstag jeweils Drohungen an Schulen und auch gestern beim Radiosender Bombendrogen. Haben Sie ja sicher auch mitbekommen. Zumindest im Umfeld vom Radiosender war ja dann auch wohl der Absender Hamas. Das hat dann Herr Mayer doch wohl zur Kenntnis genommen und als bedrohlich empfunden. Interessant. Mal sehen, was wirklich rauskommt. Ob es irgendwelche Trittbettfahrer waren. Ich meine, man muss ja mittlerweile auch sagen, das Ausmaß an Verwahrlosung hat in unserem Land so zugenommen, dass man durchaus auch in Betracht ziehen muss, dass es einfach wieder mal irgendwelche Bekloppten waren, die Ärger machen wollten oder das Schulsystem lahmlegen wollen. Ja, und die wohl auch nicht zu befürchten haben. Also, ja, genau. Ja, bleiben wir doch mal, sind wir ja schon auf dem richtigen Weg, sage ich mal. Ich wollte nochmal zum Nahostkonflikt kommen. Der Herr Merz hat ja jüngst nun mit Blick auch auf die Staatsbürgerschaft nochmal eine Debatte losgetreten. Denn man müsse sich zur Existenz vom Staat Israel bekennen, um die Staatsbürgerschaft hier in Deutschland erlangen zu können. Er wollte das zum Kriterium machen. Was halten Sie denn davon? Finde ich krass, die Aussage. Also, ich muss sagen, da fehlen mir echt die Worte. Weil, ich meine, es geht um die deutsche Staatsbürgerschaft und nicht um die israelische Staatsbürgerschaft. Und bei allem Verständnis für eine besondere Verantwortung gegenüber dem Staat Israel, die man ja gerne haben kann, sollte man mal nicht überzeichnen. Wenn es um die deutsche Staatsbürgerschaft geht, dann muss es ein Bekenntnis zu Deutschland geben. Und das Problem ist, dass es da nur Lippenbekenntnisse gibt. Dass nicht mal die Lippenbekenntnisse ernsthaft abgefragt werden oder überprüft werden, sondern, wie das ja auch vor vier, fünf Wochen diskutiert worden ist, die Staatsbürgerschaft mittlerweile völlig verramscht wird. Und das ist das Problem, was sich Herr Merz im Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaftsverleihung bemühen müsste. Da müsste er den Hauptaugenmerk drauf richten. Also, ich meine, im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, Flüchtlinge, die jetzt aus Russland kommen im aktuellen Konflikt, dort müssten sich dann auch dazu bekennen, dass die Ukraine vollumfänglich… Ich meine auch schon, solche Forderungen gelesen zu haben. Ach ja? Das kam mir jetzt gerade erst in den Sinn, weil ich sage, irgendwie für Israel und in dem Konflikt kommen wir jetzt mit solchen Forderungen um die Ecke. Andere Konflikte haben wir, die im Moment aktuell und ähnlich gelagert sind. Da taucht das gar nicht auf. Ja, also das geht da tatsächlich auch so weit, dass solche Forderungen schon erhoben werden für den, der hierher flüchtet. Dass das Asylrechten unter der Bedingung gewährt wird, dass jemand sich eben klar gegen die Hamas und pro Israel positioniert. Und da muss ich ganz klar sagen, uns wirft man ja vor, dass wir die Fehlanreize und auch die Täuschungsversuche bei der Asylgewährung bekämpfen wollen und unterbinden wollen. Schon das wird uns als menschenfeindlich dargestellt. Aber wenn man jetzt einen wirklich Flüchtenden sozusagen das Asylrecht nur gewährt, wenn er ein bestimmtes Bekenntnis ausspricht, das ist doch Gesinnungsstaat pur, Entschuldigung. Ich kann doch niemanden zwingen, gegen seine Überzeugung und Bekenntnis auszusprechen. Ich meine, wenn ich beispielsweise im Gaza-Streifen wohne, eine Familie, eine Familienstamme, die jetzt durch die kriegerischen Konflikte ums Leben gekommen sind, vielleicht auch durch israelischen Waffeneinsatz. Und da will ich jetzt gar keine Debatte vom Zaun brechen, ob dieser Waffeneinsatz gerechtfertigt ist oder nicht. Aber sie sind gestorben durch beispielsweise eine 500-Kilogramm-Bombe, die von der israelischen F-16 abgeworfen worden ist. So, die Kinder sind tot, die Frau ist tot, der Mann flüchtet nach Deutschland. Von dem verlange ich dann ein Bekenntnis pro Israel? Also bitteschön, das ist doch absurd. Das ist doch nicht absurd, das kann man also beim allerbesten Willen niemanden abverlangen. Ja, und ich finde, in dem Zusammenhang können wir ja nochmal drüber philosophieren, Staatsbürgerschaft, klares Bekenntnis zur Grundordnung hier in Deutschland. Finden Sie, dass das ausreichend ist? Oder was wäre denn Ihrer Meinung nach, wären dann noch Kriterien mal überdenkenswert, um eben wirklich zu prüfen, ob ja jemand Ambitionen hat, sich zu integrieren oder aus anderen Gründen da ist? Eigentlich ist es ja ganz einfach. Ich meine, wann ist jemand integriert, wenn er die Sprache so spricht, dass er auch nicht nur einfache Texte versteht, sondern auch bei normalen Unterhaltungen ohne Probleme teilnehmen kann. Der muss nicht jedenfalls richtig aussprechen. Aber er muss jede Unterhaltung aktiv mitbestreiten können und darf da nicht irgendwelche Probleme haben. Dann hat sich jemand sprachlich integriert beispielsweise. Dann erkennt man das natürlich auch an der Integration ins Berufsleben. Erst wenn jemand auch diesen Schritt gegangen ist, kann man sicher sein, dass er mit der Art und Weise, wie wir hier leben, konform geht und eben nicht einfach nur das System ausnutzen möchte. Und ja, man kann das kritisieren, dass wir das so sehen, aber die Bringschuld, die Beweislast hat in dem Moment nun mal jemand, der zu uns kommt. Und dass die Beweislast zu Recht so hoch angesetzt ist bei uns, das zeigen ja die Zustände im Land mittlerweile. Also man hätte das ja verhindern können, wenn man da rechtzeitig drauf geachtet hätte. So, dann zeigt sich das natürlich auch an sonstigen kulturellen, politischen Positionen. Wenn ich beispielsweise die eigene Frau, die eigenen Kinder nach irgendwelchen archaischen ausländischen Regeln sozusagen als Mensch zweiter Klasse behandle, dann kann so ein Mensch nicht die Staatsbürgerschaft bekommen. Das geht einfach nicht, weil er eben hier nicht angekommen ist. Hier gibt es nun mal die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Und das sind bestimmte Verhaltensweisen und Abwertungen kultureller Art, religiöser Art einfach mal nicht akzeptabel. Und das kann ich auch nicht unter dem Grundrecht der Religionsfreiheit erklären. Ja, und sollte denn sowas nicht auch nochmal nach einem gewissen Zeitraum, ja, ich meine, überprüft werden oder so, ich meine, statt das zeitlich runterzusetzen jetzt, also ich kriege jetzt noch schneller die Staatsbürgerschaft, entweder lernen die jetzt wahrscheinlich alle noch schneller die Sprache und finden noch schneller einen Job. Gut, wir haben jetzt bald den Job-Turbo vom Hubertus Heil. Wer es glaubt. Das wird vielleicht die Wunderwaffe sein, um jetzt das alles zu verquicken. Aber ja, man fragt sich doch, ob das nicht zumindest immer nochmal, ja, Ostmonder Vorbehalt stattfinden sollte. Und dann guckt man mal nach einer gewissen Zeit, ob eben tatsächlich eine Integration hier ins System stattfindet. Also ich halte nichts davon, sowas unter Vorbehalt zu machen, wie bei einem Richterverhältnis auf Probe oder so. Ich denke, man muss die Staatsbürgerschaftsverteilung oder Gewährung sehr, sehr restriktiv handhaben. Das heißt, bleiben auch nur leise Zweifel, dann bekommt er die Staatsbürgerschaft nicht. Im Übrigen, wo ist das Problem? Ich muss doch nicht, um in Deutschland zu leben, die Staatsbürgerschaft haben. Ich muss doch hier nicht wählen können. Ich kann doch auch so hier leben, so wie auch 10.000, 100.000 Deutsche im Ausland leben können, ohne die jeweilige Staatsbürgerschaft zu haben. Es gibt doch kein Menschenrecht auf Gleichstellung mit dem entsprechenden Staatsvolk, wenn ich diesem Staatsvolk ganz offensichtlich nicht angehören will. Das ist das, glaube ich, was vielen dabei auch durch den Kopf geht. Ja, Herr Möller, dann neigt sich unsere Sendung leider schon wieder zum Ende. Stimmt. Nächste Woche haben wir dann Plenarsitzung hier im Thüringer Landtag. Da haben wir auch wieder eine ganze Reihe interessanter Initiativen von uns auf der Tagesordnung stehen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Unser Corona-Unrechtsbereinigungsgesetz zum Beispiel, was also beispielsweise die Ordnungswidrigkeiten, die damals von vielen Leuten bezahlt werden mussten für absolut unsinnige Maßnahmen, die von ihnen verlangt wurden, rückgängig machen möchten. Ja, und wir wollen vielleicht auch schon mal darauf hinweisen, es wird auch einen Tagesordnungspunkt geben, der ist für uns weniger erfreulich. Der betrifft einen unserer Abgeordneten, den Dieter Laudenbach. Da geht es nochmal genau worum? Ja, also gegen Dieter Laudenbach wird momentan eine wirklich unglaubliche Kampagne gefahren und dazu werden eben auch die Institutionen des Landtags missbraucht. Ihm wird also eine Mitarbeit bei der Staatssicherheit vorgeworfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, an diesem Vorwurf ist nichts dran. Das ist ein rein politisches Verfahren, dient der Diffamierung von Dieter Laudenbach. Und warum das so ist, das kann man erstens bei uns auf der Webseite nachlesen. Da können wir auch nochmal den Link unten einstellen. Den stellen wir bereit, genau. Da gibt es nämlich eine Stellungnahme vom Dieter Laudenbach. Die hat es in sich. Und zum Zweiten werden wir das aber auch nochmal im Plenum dann mit aller Deutlichkeit klar machen. Genau, und dann werden wir nächste Woche dazu im Podcast auch nochmal berichten. Ja, ich denke, das würde sich auf jeden Fall anbieten. Gut, na dann, bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.